hallo liebe community family und zuschauer ich bin es wieder und herzlich willkommen zu der neuen folge ja lang 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 ist es ja eigentlich nicht lang aber hier wollen wir mal gucken und ich will mal gucken was sie wieder sagt ein neues outfit los geht's eine frage ist das outfit schlechter jetzt als was sie jetzt an hat na komm du bestest man das an und jetzt mal kurz probe anziehen so wie wir eben heute auch die neue waffe ausprobieren wir machen einige aufgaben geben der haupt mission weiter und ja hier auf der karte ist nix auf quest name quiz okay 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 wollen wir mal ein telepropor wir reisen natürlich in jüdland wir wollen ja diese eine mission machen dieser lead out man ist der automat bin ich der meinung der dem wir da rechts begegnen und ich denke mal wir werden auch noch andere welten kennenlernen andere dungeons also ist ja wieder mal sehr genau die waffe wollte ich ausprobieren die gefällt mir da fühle ich mich nicht ganz so nutzlos ich kann immer kurz auf mich aufpassen ja hier macht das schon ich sag hier sollten wir mal kurz auf mich aufpassen und dann sowas so lass mich mal meine skills mal bitte ausrüsten danke die pro die pro gadget ausrüstung wieso kann ich meine skills jetzt nicht ändern kann mir das jemand mal erklären was haben wir denn hier wir gehen da lang ja kommt ja kommt ja 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 So, Waffe wechseln wir nochmal, gut, aber warum kann ich meine Skills, Status Skills, Ok, kann ich nicht, dann machen wir doch erstmal die Hauptmission, Ok, Ok, Ich glaube, das ist ein Problem. Ja. Dann geht's auf. Kampf. Comanko. Rad. Das sind die Shouldn of. Ja. Hatte ich habe ein Verlobungsring bekommen ich will eine revanche meld und aber macht dich doch was dass ich dir diesmal in den hintern kann er mich nicht in ruhe lassen so kann ich jetzt ja es geht und dann mache ich noch dann ist das kann man den irgendwie sehen dafür müsste ich mal ein model drehen da konnte man doch früher auch noch an und aus und wenn ich den ring nicht verlieren doch ich sehen da ganz klein so die kobe haben ja auch noch zu kommen Wir legen die Ticken auf 10, Bewegung auf 7, 10 auf Stärke und 1 auf Glück, sehr schön. Wir müssen wieder mal einiges machen. Selten und das ist ungewöhnlich. Kann ich mir jetzt... Na, komm, weiter geht's. Immer diese lästigen Leute hier. So geht das aber nicht. Ah, mal gucken wo er diesmal steckt. So. 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 So, so. 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 Ah da. Das ist nicht gut, dass wir hier... Das ist nicht gut, dass wir hier sehen. Oh nein... Das ist doch so cool. Das ist doch so cool. Das ist doch so cool. Hallo. Das war's. sehr schön wir müssen hier noch jemand besiegen waffe wechseln na komm komm da auf da war bei den prüten er ist abgeschlossen sehr schön sehr schön und durch den anderen spieler sehr schön sehr sehr schön sehr schön ja 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 so er wollte sich ja mit uns umtreffen ja ja es wurde auch zeit dass du dich ja du weißt du mir nicht bei topic a doula ja was denn bis zu daren war es ist abon 追っかけしているのバレバレみたいですね俺たち また立ち いい人です 細かいことは気にしないでください 何をもらっても今日の仲間にをつまり マスターでやるお前さんを倒されどうしてそういう理屈に 性同勝負はこのまま情報でどうだ アファシスちゃんのパーツを集めているんだろう 俺様 なんでそんなことアファシスちゃんのことなら何でも知りたいからな パーツの情報は欲しいわ ブーツで アファシスちゃんの状況を持ってみて私は あなたがもう必要られるか 私は私の潮起これを取り入れている 侵入れと さらに何がなったか いまあ Das war's für heute. Ich kann hier nichts machen. Ja schon. Ich bin am aufnehmen. Einen Moment. Okay. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Das ist jetzt gerade ein bisschen blöd gelaufen. Ich würde mal sagen, danke fürs Zusehen. Zock gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer GamerdiQo ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hat, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Charlie kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ganz herzlich will. Schaut da mal rein. In dem Sinne. Zock gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.